Wenn ich am Bodensee bin, besuche ich natürlich auch Karamobil in Stockach, in der Nähe vom Bodensee. Karamobil hat sich in den letzten Jahren aufgrund der Entwicklung des Wohnmobilverkaufs in Deutschland zu einem führenden Anbieter entwickelt. In Deutschland hat sich das Interesse für Wohnmobils in den letzten fünf Jahren mehr als verdreifacht. Natürlich spielt auch die Rolle der Rentner, denn die haben noch ihre Lebensversicherung bekommen und können hier in ein neues Wohnmobil investieren. Karamobil bietet alle Luxusfahrzeuge bis zu den normalen, trendigen und Mittelsegmentpreisfahrzeugen. Es macht Spaß hier zu bummeln und man ist dann schon im Urlaub, wenn man nur um die Fahrzeuge rumläuft. Die Fahrzeuge sind kompakt und technisch auf dem neuesten Stand der Entwicklung im Wohnmobil-Segment. In Europa kann man heute Wohnmobil fahren. Die Auflagen sind nicht groß, was die Fahrzeugbestückung und die Absicherung betrifft, sodass man Freiheit pur in Europa erleben kann. Karamobil hat schon vor 20 Jahren die Zeichen der Zeit erkannt und ist mit seinem Standort am Bodensee in Stockach natürlich genau der richtige Partner, was die Mobilität in Sachen Freizeit angeht. Dann kann man ja das Fahrzeug. Vielen Dank.